Musik Mit einer ungewöhnlichen Aktion hat der Förderverein der Westfälischen Schule für Musik seinen Wunsch nach einem Musikcampus in Münster kundgetan. Im Vorfeld der Ratssitzung am 9. Februar wurde das Ergebnis einer Online-Petition an den Oberbürgermeister überreicht. Mit musikalischer Begleitung. Mehr als 3000 Menschen haben dabei bekundet, wir wollen den Musikcampus in Münster. Bis zu einem Beschluss wird es aber noch etwas dauern. Die Entscheidung im Rat wurde vertagt. Amen. 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 Amen.